Diese Trauben sind noch nicht reif, aber genau das brauchen wir dazu. Wir machen heute der Jue und wie das geht, das zeigen wir euch. Mal schauen, wie sauer oder süß die ist. Mh, ist das sauer, aber genau das Richtige, so muss es sein. Wir zeigen euch, wie das geht. Von der Kraut, bis in die Flasche, bis zum fertigen Verschür. Guten Morgen miteinander, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier müssen wir schauen, die Trauben sind schon langsam blau, es geht nicht mehr lange und dann ist die Traubenernte vor der Tür, aber heute machen wir etwas Spezielles. Wir schneiden grüne Trauben ab. Priska, was machst du genau? Guten Morgen miteinander, hallo. Wir schneiden jetzt die überschüssigen, in Anführungszeichen, überschüssigen Trauben ab, die grünen. Denn wer schüe, ist ja ein Saft, der sauer ist, also aus grünen Trauben, unreifen Trauben. Und jetzt sind wir da am rauszöndern und ich hoffe, wir bekommen genug, denn das ist etwas ganz, ganz fein. Die blauen sind natürlich noch nicht reif, also immer noch extrem sauer natürlich. Entschuldigung. Kann man auch nehmen und passt hervorragend. Ja, jetzt ist natürlich der Zeitpunkt, wo die Trauben blau werden. Das ist der Farbenschlag, sagt man dem. Die einen sind noch grün, die anderen sind blau. Jetzt kommen auch die Wespen, die wollen das auch alles fressen. Und das Ziel ist jetzt einfach, dass wir hier zwischendurch die überschüssigen Trauben wegnehmen. Das ist sowieso gut für die Qualität und habt ihr gewusst, das wer schüe. Komm Peska, steh mal hier hin. Das wer schüe ist extrem gut für die Küche. Das kann man brauchen. Für was kann man das brauchen? Wer schüe ist ein Zitronensaftersatz und hervorragend geeignet. Das hat man früher schon gemacht. Und wir werden das jetzt heute mal machen und ich bin gespannt auf das Ergebnis. Das ist ganz einfach. Da geht man durch und sucht sich einfach die Trauben, die noch nicht so blau sind, auf die grünen, die sauren. Und dann hat man genau die richtige Trauben. Und man macht auch was Gutes für die Qualität, denn all die grünen Trauben, die sind weg. Die anderen werden einfach süsser. Das ist auch so eine Ertragsregulierung. Ah, hier hat es noch schön. Wow! So, also wir haben genug Trauben geschnitten. Wieder ein Kübel voll. Also im gesamten vier Kübeln, können wir es mal schauen. Also das ist genug Material. Also ich hoffe, das ist genug Material. Ich bin gespannt, ob wir den Saft überhaupt hier rausbringen. Ja sicher schon. Da hat es auch nicht. Doch, doch. Das wird schon gehen. Und jetzt gehen wir nach Hause. Wir werden jetzt die Trauben weiterverarbeiten. Jetzt kommt das Pressen. Und wie wir das machen, das zeigen wir euch gleich. So, also. Wir machen fleissig tolle Ausbeute. Aha, die Kübeln. Jetzt wird es dann spannend mit dem Stamm. Aber nicht mit den Füsten voll, falls sich das jemand jetzt gerade fragt. Das geht natürlich auch. Also Priscot einmal bei der Badewanne weinen. Dann müssen wir schauen. Hier oben ist der Link mit den Füsten gestammt. Ja, Knallhörer. Dein Arbeitsgerät. Ich? Oh Gott, Hilfe. Ja, das sieht vielleicht dann einfach aus. Ist das aber ganz sicher nicht. Und mit was kommst du? Ich komme mit. Manpower. Ja, dann ist das sicher einfacher. Keine Ahnung. Ich denke, weil sie ja grün sind, oder? Da kommt ein Saft. Entschuldigung. Nicht so gut herein. Wir werden ein kleines Fliss. Also es klingt ja schon ziemlich matschig. Aber so Haufen, da hat sich einen Haufen Beeren drin. Viele, ganze Beeren drin, ja. Aber du machst das gut. Ja, ich gebe dir mein Bestes. Ich muss dich mit dieser Mickey Mouse singen. Ja, ja. Prisca macht das super. Gib Prisca einen Daumen nach oben. Ja, also sorry. Das ist ja ein Spielzeug. Das geht ja gar nicht. Machen, das geht. Ich probiere nur. Wir haben ja in einem der letzten Vlogs, haben wir ja die Trauben, die Tafeltrauben gezeigt. Jetzt haben wir diese Säcke hingekauft. Eben haben es hingemacht. Und ich wollte eigentlich nochmals kaufen gehen, aber da war alles schon ausverkauft. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben noch andere bestellt. Die sind aber gar nicht so gut. Wir probieren es jetzt halt trotzdem mit denen und ja. Aber die Wespen sind schon einiges weniger dank den Reifen, die ich abgeschnitten habe. Das wäre sonst nicht mehr gegangen, hier draussen zu stehen, denn die Wespen hätten einen völlig aufgefressen. Aufgefressen. Ihr müsst einfach den alten Vlog anschauen. Ja. Ihr müsst den alten Vlog anschauen von unseren Traufen. Tafeltrauben. Genau. Na, Tüterli. Aber jetzt geht was. Mal schauen, ob es genug gestampft ist. Jetzt werden wir es probieren zu pressen. Andi ist extra bei uns in Österreich gegangen und hat etwas ganz Tolles gefunden. Eine alte Apfelpresse, ist das Mostpresse? Mostpresse, ja. Wurde sauber geputzt und jetzt soll das funktionieren. Oh, da hat es noch ganze Trauben. Ist ja egal, oder? Wir machen nur für uns. Das ist eine eigene Produktion. Das wird nichts verkauft. Das ist nur für uns, unsere Küche und das ist okay. Wir müssen auch nicht alle Saft daraus pressen. Das ist absolut nicht wirtschaftlich. Just for fun. Das ist alles gut. Das passt. Ja. Was hier. Was hier. Was hier. Was hier. Was hier. Was hier. Und was hast du denn die Verlängerung für nachher zum Drehen? Die ist, das Metallding ist nicht da. Du musst doch einen suchen. So, jetzt gibt es mal den ersten Bund, oder? Ja, ein bisschen Filtern. Also da läuft ja praktisch gar nichts mehr raus. Der Filter ist schon total zu. Ich denke, da müssen wir wahrscheinlich eine andere Lösung finden. Andi ist noch am Verlängerung suchen natürlich, um da die Winde dann schön drehen zu können. Ich bin gespannt, ob er etwas findet. Trennschleife, irgendetwas ist er am Schneiden. Also, wir haben schon gehört, dass du mit der Trennschleife etwas machst. Ich habe einen Telleranker umgebaut. Super! Bin ich froh, dass er passt! Das reicht voll. Das ist für dich. Dankeschön. Und äh... Uh... Bin ich gespannt. Frischer Verjue. Und unsere Ernte hat auch ab heute begonnen. Das riecht schon nach Herbst. Schon? Ja. Tatsächlich. Traubensaft. Total. Also ist ja logisch, aber wenn man es wieder so riecht, dann kann man sich schon mehr drauf freuen. Ist schön sauer. Soll ich jetzt auch probieren? Ja. Ich habe das passende Rezept dazu. Das ist jetzt ein Winzerspritz. Das wäre Schüding und Schaumwein und dann gibt es einen Winzerspritz. Da können wir noch die Öchse messen. Genau. Zucken gehalt. Zeigen Sie überhaupt schon etwas an. Bisschen schon. Halten wir schnell. Nein. Das ist gerade ein gratis Facelifting, wenn man probiert. Ja, also der Filter macht auch nicht mit. Also ich bin da echt gespannt. Du, was machen wir eigentlich mit dem Filter? Machen wir da etwas anderes? Ja. Weil der ist ja schon vollkommen zu. Du, da ist zwei Dezeln echt einmal draussen. Ähm. Ist ja ein bisschen schade. Es wird jetzt nicht mehr filtriert. Wir tun ja irgendwie, keine Ahnung, irgendwie in der... Absetzen lassen? Absetzen lassen. In der tiefgefriertruhe. So. Okay, ja. Also. Zeig mal. Eine Stunde der Wahrheit. Oh. Das ist ein ganz süsser Verschu. Der hat schon 40 Öchsle. Wow. Das ist irgendwie schon... Ist das das Briggs? Wo ist das Briggs? Das ist da drin. Da ist so 10% Zucker drin. Also es gibt ein süsser. Das ist also... Und ein süsser Verschu muss man pasteurisieren. Also im Kühlschrank aufbewahren. Ja, sonst fängt daran zu gerne. Das ist gut. Wie war es? 40 Öchsle? 40 Öchsle. Okay. Okay. Lass ich auch mal durchschauen. Ich hoffe ihr habt etwas gesehen. Ja. Ist äh... Ich glaube das ist schon gegangen. Das Scharfstelle. Also jetzt machen wir mal... Keine Ahnung. Das ist natürlich schon eine komplette Haushaltsgeschichte hier. Aber es kommt gut. Ja. Es ist ja für uns privat. Also da kann man basteln und machen wie man möchte. Genau. Also die 2 Liter wäre schön, die wir wollen. Die haben ich glaube schon lange. Definitiv. So, also jetzt machen wir noch. Irgendwie filtrieren und absetzen lassen. Genau. Gut, also wir basteln hier weiter. Ja, wir sind noch ein bisschen beschäftigt. Genau, dann zeigen wir euch mal den Schluss. Den geben wir irgendwann. Ja. Also das Ding bleibt über Nacht hier drin im Kühlschrank und am nächsten Morgen sollte das irgendwie abgesunken sein, der Trub. Aber das sehen wir ja später. Also Andi hat eine echte Schnapsidee gehabt. Er möchte etwas testen. Schwarzer Roll. Schwarzer Roll Spritz. Muss ein bisschen näher halten. So, das reicht nicht. 2, ja. Das ist der Feintrink Sprit. Rutschig. Rutschig. Entschuldigung. Ja, ja. Alles gut. Ich habe eine schwarze Roll. Spritz. Eine schwarze Roll Spritz, genau. Das müssen wir natürlich noch testen. Also, das läuft schon mal gut rund. Ich bin echt gespannt. Und der Schnaps ist ja nur dafür da, zum haltbar machen. Da hat er irgendwann etwa knapp 20 Prozent. Und dann ist das haltbar. Und dann bin ich voll gespannt, wie das funktioniert. Komm, wir machen das einfach ohne. Und dann machen wir Trub. Echt original Ur-Trib. Okay. Okay. So, das stimmt. Schütteln. Pris, holst du keine Schaummeinflasche? Äh, ja. Ganz nervös, mein Mann. Das ist unglaublich. Danke, Pimmel. Also, das erste Mal hat es nicht funktioniert. Ich muss noch dazu sagen, er hat das Müslet nicht entfernt. Da bin ich echt optimistisch geworden. So, also. Wie geht das so? Stopp, stopp, stopp. Ist das zu viel? Ja. Du kommst da besser draus. Ja. Und so. Oh Gott. Das sieht aus. so barbarisch aus. Also. Frisch serviert. Oh nein, da fehlt doch was. Da fehlt doch was. Was, was, was? Noch die wichtigste Zutat. Bisca, komm. Es ist die Premiere. Das erste Mal auf der Welt noch nie dagewesene Winzenspritz mit schwarzen Rollen. Zum Wohl. Also der schwarzen Holzspritz. Oder schwarzen Rollen Spritz. Ja. Echt gut. Ja. Ja. Nicht schlecht, ja. Echt gut. Ich finde es gut. Ich finde es super. Aber wir sind noch ein bisschen sauer. Ja. Ja. Es ist extrem erfrischend. Das ist auch das Ziel. Sehr erfrischend. Sehr gut. Wunderbar. Der arme Schaumwein. Das kann mal passieren. Das ist typisch. Ich muss noch ein Schärfiges annehmen. Typisch Antti, ja. Wo ist es kaputt gegangen? Ah dort, ja. Die halbe Flasche liegt dort drüben. Das habe ich jetzt nicht gesehen. So, also. Ähm. Spannend. Vielleicht werden wir das jetzt öfters mal als Apo trinken. Aber ich weiss noch nicht so genau. Gut. Also der Akku ist eh leer. Ja. Wir machen jetzt mal eine Pause. Und dann machen wir Schluss. Ja, ich denke schon. Ist Mittagessen. Mittagessen gucken. Also jedenfalls das andere Ding im Kühlschrank. Das zeigen wir euch dann noch später. Genau. Wie es gegangen ist und überhaupt. Genau. Also auf jeden Fall. Wir sagen schon mal Tschüss. Macht es gut und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und zum Wohl zum Prost miteinander. Zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt kannst du sie zusammenkleben. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.